hallo und herzlich willkommen zu sims 4 ich weiß ich hab einen knall nein jetzt mal jetzt im ernst hallo und herzlich willkommen wieder bei mir der engelchen zum let's play sims 4 letztes mal ja da ist der black das erste mal arbeiten gegangen und die beiden haben ein neues parfum entworfen mit namen flatulenzen ja und jetzt sehen wir mal weiter wo ist schon tag der teil ist müde dann mach mal ein kasschen ich mach auch mal ein kasschen leicht wenn ich auf klo war ich aussehe wie so ne psycho braut jetzt kann ich auch vorspulen ja michelle wollte mal wieder das neue parfum testen oh er hat schon jemand kennengelernt wusste ich gar nicht ich habe vorspulen na dann unterhaltet euch noch mal ein bisschen ich mach mal eben so wie ist das schon ne sein wunsch ist ja jemand zum arm kommen dann können wir uns mal am arm das ist ja das ist ja der black muss bis 18 uhr arbeiten Das heißt, wir sind gleich zwei Stunden mit dem Thay allein. Hallo, könnt ihr jetzt mal auf und zu lehnen? Bis zur Arbeit. Die lachen da draußen so. Komm, Thay! Knüpf mal Kontakte. Alter, in welcher Stickdose hat die denn gepackt? Oh mein Gott! Sei jetzt ein bisschen schwul aus, aber okay. Oh! Oh! Oh, mir fällt folgende Merkmale von Elena kennengelernt, faul. Naja, dass eine gute Eigenschaft zu lernen ist, weiß ich auch nicht. Genie. Also man chillt auf mir auch rum, ey. Oh ja. Muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, bitte. Mal umschauen, wenn hier noch alles so... Dem Teilschefs erstmal strullen oder kackeln, was auch immer. Oh, der Blick. Der kommt ja ganz erschöpft nach Hause. Aber er hat Geld nach Hause gebracht. Oh. Oh. Wie geil, wie sich das einfach anhört. Ich wollte mal eben gucken. Nein, nicht die Galerie. Ich wollte mal eben gucken. Dann könnten wir uns auch nur ein Bett leisten. Okay, dann muss ich sagen, wir sparen noch etwas, bevor wir uns das Neues kaufen. Da kann ich ein bisschen Kontakt mit dir aufbauen noch. Sof. 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 Oh, oh. Ah. Shhh. Dad. Incappasantus. Newbeam Chirazza. Schwitman imal smooth. Schwala Bebsa. Muckuckuck. Hahaha. Bratnus Minchi. Barleen Yorid. Bemboi Barobi. Gungane Ansah. Benarb. Skarbish. Sessarae. Busharb. Systum. Benarb. Pelka. Becamsa. Garza. Yeah. Oh. Iblick. Sie scheint sich aber Spinnerin. Ich hoffe. Oh, hier ist das nicht so langweilig. Oh. Oh. Er kann sich auch mal anderen freundlich vorstellen. Der Tai hat schon wieder Hunger. Wieso redet ihr über Pissor? Was? Oh. Ach, sehr sexy mit den Schwimpen hier. Kimiko. Befahrt zu sein. Oh. Okay, aha. Ich bin noch... ...bis 1 Uhr nachts am Arbeiten. Oh. Lufbalonte hierhin. Oh, ja. Ah. 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 Er rupt anfugeln Entschuldigung, Freunde Ah Gnoy Gnoy Zimbabwe, Gorsai Schmabwe, Gorsai Unendet Wettbewerb Hallo, was geht es einfach in die Wohnung rein? Eh, ja, die geht jetzt einfach mal pissen in unserer Wohnung alter Was ist das? Das war's. Das war's. Nadine Niemann die Jahrhunderte Quartal sehen Larkin Bordel Kappkapp den Weg des Seiten am Kochen und schneidet sich mal wieder ein Fingern Moos Moos die ist schon wieder seine Geim Zutat Die gehen ja ganz schön auf Piro. Die gehen ja ganz schön auf. Es ist Nibarra. Fisch und Oslochen. ich bin ich bin ich bin ich bin jetzt reden die über die Unterwäsche die hier alles klar oh mir geht's nicht so gut oh mir geht's nicht so gut ich guck mal ein wenig vor schau mal ein wenig vor HAHA 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 정말 ich bin Er ist auch an, bevor man schläft. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber naja. Ich schlug mal kurz ein wenig vor. Oh. Oh, ich bin zuhause. Und lege mich jetzt auch erst mal schlafen. Oh, ja. Das ist wütend. 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 Ja. Hier kannst du auch mal aufräumen. Oh mein Gott, wie sieht denn der ist? Warum? Ich versteh's grad nicht. Ja. Wohin ist er jetzt gegangen? Ach, hierhin. Geh's bisschen am Brunnen schillen, oder was? Ajo! Schlaf mal draußen, mein Bruder. Ha! Ja. Okay, wenn's nichts Kaltes, ne? Black geht gleich noch mal schlafen, ne Runde. Dann geh mal duschen, Black. Wohin. Er singt auch. ja du kannst ja gleich duschen gehen ich kann ja noch mal ein Nikaschen machen die ich muss vorspulen auch jetzt Jetzt kann ich duschen. Ey, was ist mit meiner Maus los? Heute. Oh, was hab ich denn? Ich bin nur am seuchten. Oh, der Teichef ist immer noch wütend. Wie? Lektion Kaut. Michelle ist ein Chaot. Chaotten lassen sich von einer schmutzigen Umgebung nicht stören. Michelle hat Essen in diesem Mülleimer gemacht. Iiiii! Nein! wegwerfen kannst du nicht essen also schwein kannst hiervon essen rumpfbeugen machen ja so und da sind die folge auch schon wieder vorbei ja dann würde ich mal sagen ich hoffe euch hat es gefallen und wenn es euch gefallen hat dann schreibt mir was in die kommentare oder gibt mir einen daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten mal bei let's play sims youtube und und und